Alles, was Facebook aufgrund dieses Verfahrens änderte, war offiziell nur freiwillig und rechtlich nicht notwendig. Facebook änderte also freiwillig seine Datenschutzrichtlinien, einige Knöpfe und schaltete die Gesichtserkennung ab. Öffentlich konnte das Unternehmen sagen, es habe etwas getan. Viele Medien und die Öffentlichkeit verstehen den Unterschied zwischen einem unverbindlichen und unüberprüfbaren Bericht und einer echten, rechtlich verbindlichen Entscheidung sowieso nicht. Unsere rechtlich noch immer existenten Beschwerden legte die Behörde einfach in die Rundablage und tat so, als ob es diese nie gegeben hätte. Die Behörde und Facebook waren glücklich. Gegenseitiges öffentliches Schulterklopfen inklusive. Bis heute gibt es keine Entscheidung. Damit das auch so bleibt, haben uns die Verantwortlichen seit fast drei Jahren jeden Zugang zu den Beweisen, Akten und sogar den Gegenargumenten von Facebook verweigert. Mitten in der EU haben sie unsere Grundrechte einfach kaltgestellt. Recht auf Datenschutz? Kaltgestellt. Recht auf ein faires Verfahren? Kaltgestellt. Recht auf eine Entscheidung? Kaltgestellt. Recht auf Akteneinsicht? Kaltgestellt. Wäre der irische Kommissioner ein österreichischer Beamter, wäre das inzwischen ein Fall für den Strafrichter. Aber was wir in Irland erleben mussten, wäre in Österreich schlichtweg Amtsmissbrauch mit bis zu fünf Jahren Haft als Konsequenz. Zum Glück für die verantwortlichen Beamten gibt es in Irland kein kodifiziertes Strafgesetzbuch und Amtsmissbrauch haben die Gerichte bisher sehr unklar definiert. Eine Anzeige wäre also sinnlos. Ist das aber nur so, weil es in Irland politisch nicht gewollt ist, die US-Industrie zu vergrämen? Haben die dem irischen Kommissioner einfach einen großen Koffer Geld in die Hand gedrückt?